Wir haben die Gewürze verloren, der Durchblick fehlt. Die Ausgangssituation ist das Gewürzlage in unserem Hochschrank, du suchst den Wolf da oben, es ist absolut überfällig eine Lösung zu finden. Wir haben uns im Internet ein Gewürzregal bestellt, das man nach vorne aufklappen kann. Direkt als erstes das große Manko, keine Aufbauanleitung und auch keine Bilder. 7 cm Da muss man das nach hinten montieren, so geht dann die Tür auch zu. Hier sind es 3 von der Seite. 5 Schrauben für 4 Löcher, 3 kurze und 2 lange. Was soll das denn schon wieder? Mit einem kleinen Nagel die Löcher vorstanzen, so lassen sich die Schrauben dann besser eindrehen. 5 cm 5 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 8 cm 7 cm 7 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 11 cm 11 cm 11 cm 11 cm 11 cm 11 cm 12 cm 11 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm echt eine neue Hammerkammer werden. Ihr könnt gespannt sein. Bis Montag.